Hey Freunde, was geht ab? Wie ihr schon gehört habt, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Wir fangen direkt mit der schlechten Nachricht an. Wir müssen leider die Emotions-Tour aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen verschieben um ein paar Monate. Und jetzt kommen wir schon direkt zur guten Nachricht, Leute. Wir verschieben die Tour, aber um euch die Wartezeit zu versüßen, bin ich bei Let's Dance. Und ich bin unfassbar aufgeregt, Leute. Ich freue mich auf eine große Herausforderung. Und ich werde auf jeden Fall fleißig trainieren und mein aller allerbestes geben. Drückt mir die Daumen, ich freue mich auf eine geile Zeit. Und die Tour-Dates kommen morgen. Euer Mike.